meine damen und herren willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf inferno wunderschön und ich habe für euch eine frage vorbereitet mal wieder aber ich will ganz kurz gucken ob der eine hat er sehe ich die seh ich die pinks hier ja weil der eine so ultra am laggen ist sein kollege der CT auch naja folgende frage habe ich heute für euch ihr habt ja schon im titel gelesen würdest du deine skins alle verkaufen wenn du mit CSGO aufhörst das ist jetzt nicht zwingend gesagt dass du dass du für immer mit CSGO aufhörst aber du hörst halt damit auf vielleicht also auf unbestimmte Zeit verkaufst du an alles und sagst dir hey ich muss mal kurz leiser machen alter es ist laut ich spiele das spiel nicht mehr darum brauche ich auch die skins nicht oder sagst du hey ich habe da ich habe da schon an gewissen sachen einen emotionalen wert aufgebaut und möglicherweise möchte ich diesen nicht missen ja vielleicht bin ich ja doch mal wieder und dann hätte ich die sachen schon gerne noch wie ist es bei euch ich habe beide fälle schon erlebt ja im einen fall sagen die leute ja klar ich werde nicht mehr spielen und für mich sind skins wie eine wertanlage auch wenn es nicht so eine kluge wertanlage ist aber wie eine wertanlage und und wenn ich nicht mehr spiel dann dann verkaufe ich die natürlich ne weil ich brauche ja nicht mehr das wäre ja nur geld ist irgendwo rumliegt und vielleicht weniger wert wird übrigens schön auf das over achten während ich euch hier ausfragen ja ganz wichtig so und ich hätte aber auch schon fälle wo da leute gesagt haben hey yo ich spiele es kann das weg mehr vielleicht fange ich immer wieder damit an mal gucken habe auch schon ein paar sachen verkauft aber ich kann mich von allen kennen das sind dann ganz spezielle fälle fälle mit dabei wo es halt dann heißt ja der skin den ich von dir bekommen habe und so den behalte ich natürlich im pipapo weil ich mich da drauf daran so erfreut habe dass ich den behalte aber auch andere dinge wie halt das war mein erstes gehen den ich gezogen habe oder das erste mal dass ich mein lieblings skin in der hand hatte und sowas und deswegen will ich den jetzt nicht so schnell weg geben wie ist es bei euch wenn ihr auf unbestimmte zeit aufhört nicht wenn ihr sagt ich spiel es nie wieder was ich auch schon oft gehört habe was aber nie eingehalten wurde von der partei immer wieder hieß es ich will sie wieder und drei monate später ein halbes jahr später hocken sie wieder drin im sumpf und sind am dödeln ich meine wenn wenn man sich zu 100 prozent sicher ist dass man nie wieder CSGO spielt dann wäre natürlich die einzige rationale lösung die antwort auf die frage dass man die sachen verkauft weil es ist ja geld ist das rumfliegt und das muss man ja nicht rumliegen lassen aber man weiß ja nicht ob man ob man nicht vielleicht wieder eine runde spielt wie sieht es bei euch aus an mich die frage gestellt oder wenn ich mir die frage selbst stellt ist die antwort natürlich etwas etwas schwierig weil ich mit CSGO anders in beziehung stehe wie halt die meisten von euch wohl damit in beziehung stehen ich mache das ja nicht aus dassel gründen sondern die ganze sache ist ja über youtube mit mehr oder weniger mich gebunden beziehungsweise da so ist die ganze sache entstanden ja und ich spiele es aus anderen gründen wie es vielleicht jetzt der 0815 user spielt darum ist auf mich die frage bezogen eher schwierig bei mir würde das sinn machen wenn man fragen würde was ist wenn CSGO weg ist also wenn wenn ein neues counterstrike kommt und die skins nicht übertragen werden können was machst du dann ja dann würde ich natürlich auch versuchen da noch rauszuhasseln was geht die füge jetzt werden wahrscheinlich quatsch weil es ja eh keiner mehr spielt und die skins auch rapide an wert verlieren also wahrscheinlich halt den gesamten ähm und zu verkaufen würde auch dann irgendwann wenn man zu spät ist nicht mehr viel sinn machen weil die nicht so wert sind weil es ja keiner will weil man sie nicht mehr gebrauchen kann ähm da von daher ist das eh eine schwierige frage halt eben auf mich betonen ja in meinem fall aber sonst würde ich jetzt einfach nur spieler wäre dann würde ich den kram auch verhegern also wäre jetzt meine antwort darauf würde ich ganz sicher weiß ich spiele nicht mehr obwohl vielleicht also ja wenn ich einfach nur spieler bin und ich habe irgendwas richtig richtig geiles sowie halt das knife das ich von euch geschenkt bekommen habe ich denke das wäre so eine sache auch wenn es einiges wert ist und das halt geld ist es einem durch die hände rinnt vielleicht würde ich das dann einfach einfach für immer behalten und auf dem account ruhen lassen obwohl obwohl man nie wieder spielt aber ich weiß auch nicht ob das ob das dann auch in dem fall so gut wäre wenn kann dass man einfach weg wäre wenn man sagen würde ja es gibt nicht mehr ab nächstem jahr sind alles selber aus und das spiel wird einfach nicht mehr gespielt übrigens gerade netter nette nate attack und er hat auch sehr schnell auf die auf die den molly reagiert suspect chapeau chapeau für deinen playstyle und schon wieder lassen sie die bombe liegen die tödel meine güte vorhin schon habe ich ich habe es vorhin nicht erwähnt aber gesehen als sie auf a waren haben sie die bombe ganz unten liegen lassen bei t ramp oder was ist es tier stairs naja ja ich bin gespannt auf eure antworten auf diese frage heute abend ist wieder live stream und zwar jetzt um 18 uhr gibt es doch irgendwas ich weiß es nicht ich glaube nicht nehmen ja also falls heute falls heute mittwoch ist dann ist morgen wieder live stream um 18 uhr donnerstags ja die sind jeden dienstag und jeden donnerstag ab 18 und jeden freitag ab 22 uhr das giveaway wird diese woche noch kommen neues youtube giveaway und wenn ich da vielleicht mache ich vielleicht kommt es halt morgen also für mich morgen für mich ist heute montag ich will euch nicht noch mehr verwirren ihr wisst wann die stream sind haut rein bis zum nächsten mal was findet ihr im drücken und ciao